El Arzapua ist wohl eine der interessantesten Techniken in der Flamenco-Gitarre. Arzapua Pua ist das Plektrum und Alzar heißt auf- oder anheben. Da das Arzapua nur mit dem Daumen ausgeführt wird, heißt dies P schlägt ab- und auf. Über eine oder mehrere Seiten. Meistens wird das Arzapua über drei Seiten gespielt. Der Ablauf kann am besten mit einer Dreierbewegung dargestellt werden, was aber nicht heißt, dass es eine Triole sein muss. Bewegung 1. P beginnt mit einem Abschlag auf der mittleren Seite der Dreiergruppe. In diesem Fall die fünfte, die A-Seite. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.